hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal der finnische moller metal act as i may kündigt den neuen schlagzeuger levy resenenas nach dem abgang von marco coronen an der auf dem album my own creations der band von 2009 zu hören war das auf dem label rock shots records und spiritual beast veröffentlich wurde das zweite album ist eine rasende mischen aus modern metal mit metal core highlights es ist schwer melodisch und einzigartig zusammengefasst klingt das ganze klanglich reifer als ihre vorherige veröffentlichung speak no evil die band sagt dazu während ich daran arbeitete musik zu schreiben die sich gleich mit einer digitalen atmosphäre identifizieren lässt kann es ein mail ihre zuhörer zum headband bringen und den eingängigen rephrase mit singen die band freut sich nach verschiebung der ursprünglichen ereignisse die neu geplanten europäischen tourtaten für 2021 bekannt zu geben auf dieser tour werden sie brasiliens sam blau supporten das war's auch schon wieder wenn es euch gefallen hat dann lasst einen daumen da schreibt was in die kommentare oder abonniert unseren kanal bis zum nächsten mal macht's gut